Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tchela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount aus dem Smark Grün Traum, welches wir über eine Quest unterspielen können. Und dazu bin ich schon einmal im Smark Grün Traum und habe hier schon die letzte Quest, wo wir dann dementsprechend das Mount kriegen. Das Mount heißt Zügel der Ockerfarbenen Traumkralle. Und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt mal erklären. Was ihr vielleicht euch holen solltet, was das Ganze ein bisschen vereinfacht, ist ein Add-on und zwar Handynotes und Handynotes Mark Grün Traum. Dann könnt ihr nämlich hier unter Sonstiges euch einmal hier ein kleines Böhrchen einblenden. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 48, 67 und hier findet dieses komplette Mount statt. Denn wir müssen ein paar verschiedene Aktivitäten abschließen und zwischendrin leider immer ein bisschen warten. Also ihr müsst da ein paar Tage einplanen, um dementsprechend am Ende das Mount zu kriegen. Als allererstes solltet ihr erstmal die Kampagne hier in dem Gebiet spielen, dass ihr dementsprechend das Lager hier in Amidrasil freischaltet. Und dann könnt ihr hier auf die Koordinaten 48, 67 gehen. Dort ist es so, dass wir quasi eine Blume zum Blühen kriegen müssen. Und das startet erstmal mit einem kleinen Samen. Wir haben dann verschiedene Aktivitäten, die wir hier abklappern müssen, um dementsprechend einmal die Pflanze zu voller Pracht zu kriegen. Und ganz am Ende gibt es dann dementsprechend das Mount. Das sind eigentlich relativ basic Sachen. Also sobald ihr das Lager freigestalten habt und dann einmal hier zu dem Spröchling gegangen seid, ist es so, dass wir das erstmal anklicken müssen. Heißt, wir haben dann hier so ein ganz kleines Spröchling. Den müssen wir ein paar Mal anklicken, bis ihr dann einmal zurückgeschickt werdet zu dem Professor Esch. Der steht im Normalfall hier in dem Lager. Und mit dem könnt ihr dann interagieren und bekommt eine Quest, dass ihr das hier erstmal einmal bewässern müsst. Etwas Wasser heißt die Quest. Und ja, das ist eigentlich nicht sonderlich schwer. Da müsst ihr so einen Eimer nehmen, könnt dann hier ein bisschen Wasser rausholen, könnt die Pflanze begießen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Also es ist eine ziemlich basic Angelegenheit. Und danach müsst ihr fünf Tage warten. Steht hier auch in dem Eddern mit drin. Das Schöne ist, über dieser Pflanze bzw. dem Spröchling habt ihr dann den Balken, wo ihr seht, wie lange ihr noch warten müsst. Oder ihr merkt euch halt einfach, ich habe das jetzt am Dienstag um 15 Uhr gemacht zum Beispiel. Und dann wisst ihr, okay, ich zähle jetzt fünf Tage drauf und wisst ihr, wann ihr hier wieder am Start sein müsst. Und dann nach den fünf Tagen kriegt ihr quasi die nächste Quest und die heißt ein paar Mineralien. Da müsst ihr dann einfach ein paar Sachen sammeln, auch wieder abgeben und dann ist dasselbe wieder. Wieder fünf Tage warten. Die dritte Quest ist dann ein bisschen trickier. Da kriegt ihr nämlich nicht alles so schön angezeigt wie bei den anderen Quests. Und zwar Professor Ash heißt die nächste Quest und dafür müsst ihr ein paar Sachen sammeln. Wir brauchen fünf Bananen von Tel Abim und diese fünf Bananen, die könnt ihr einfach bei dem Gastwirt im Lager kaufen. Ja, mehr ist das nicht. Dann benötigen wir fünf Peitscherpflanzen Materialien. Die kriegt ihr einfach von den Peitschern. Im Eddern seht ihr das auch ganz schön aufgemalt. Wenn wir jetzt hier drüber gehen, gibt es einfach hier so ein paar Pflanzen. Die haut ihr um, die droppen die sehr gut. Wenn ihr da ein paar zusammenzieht, kriegt ihr die fünf sofort zusammen. Und das letzte, was wir brauchen, das sind so Eier. Und die müssen wir quasi bei den Schildkröten einfach weglooten. Schildkröten, Eierschale. Und die sind einfach hier unten. Hier auf den zwei Spots oder beziehungsweise drei Spots. Da könnt ihr einfach hingehen und die weglooten. Das müsst ihr miteinander kombinieren. Und sobald ihr das miteinander kombiniert habt, kriegt ihr ein Item. Und dieses Item dauert dann wieder drei Tage, bis das umgewandelt wird. Kleiner Tipp, macht es nicht so, wie ich gemacht habe. Ich habe mir auch wieder die drei Tage aufgeschrieben, wusste, wann das weitergeht und wollte halt das möglichst zügig machen. War an der Stelle dann eingeloggt, als das Item umgewandelt worden ist. Dann buggt das Ganze. Vielleicht hat Blizzard es mittlerweile auch gefixt, aber bei mir und bei vielen anderen hat es dann noch gebuggt. Heißt, ihr dürft nicht eingeloggt sein, wenn dieses Item umgewandelt ist, sondern erst nachdem es umgewandelt wurde, dann dürft ihr einloggen. Sonst verpackt das Ding und dann müsst ihr das halt nochmal machen. Deswegen hat das jetzt bei mir ein bisschen länger gedauert, weil ich dann dementsprechend auch nicht gecheckt habe, dass das verpackt war und dachte, jetzt muss ich einfach wieder warten. Nein, ihr dürft da halt einfach nicht eingeloggt sein. Genau. Und sobald das Item umgewandelt ist nach drei Tagen, könnt ihr das wieder hier abgeben und dann heißt es wieder fünf Tage warten. Dann gibt es eine nächste Quest um einen Hauch Magie. Einfach wieder eine relativ basic Quest. Da kriegt ihr eigentlich alles in der Quest gezeigt, was ihr machen müsst. Danach müsst ihr wieder fünf Tage warten. Und dann sind wir jetzt bei der letzten Quest angelangt. Und zwar, die ich jetzt habe. Ein bisschen Hoffnung ist immer gut. Und ja, die können wir jetzt hier einfach annehmen. Und direkt wieder abgeben, wie ihr seht. Wir bekommen dann einmal das Mount. 750 Ruf, einen prallen Traumsamen und ein paar Wappen des Welpen. Dann würde ich sagen, lernen wir das Mount einmal. Und schauen uns das schicke Ding auch an. Also, da haben wir es gleich. Ockerfarbene Traumkralle. Und ja, die Traumkrallen an sich, die kennen wir ja schon. Haben ja schon das eine oder andere hier in dem Gebiet geholt. Die sieht aber auch ganz cool aus, muss ich sagen. Und ja, Mount Special sollten wir am besten auch noch machen. Gut, ist jetzt bei den Mounts hier relativ basic. Aber ja, ist ein schickes Mount, definitiv. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Wie gesagt, Handy Notes Add-on. Sowohl die Base-Version als auch die für das Gebiet hier runterladen. Dann habt ihr auch diese schöne Ansicht, wenn ihr dementsprechend hier oben unter Sonstiges das einschaltet. Gut, dann sind wir durch. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, wie gesagt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.